Untertitelung des ZDF, 2020 Wir fordern die Einstellung der Bankenangriffe auf Vietnam. Freilassen, Frau Weinhoffi-Journalistin! Du willst meine Alte fecken? Wir bauen eine Gruppe auf. Wir werden die politischen Verhältnisse erinnern. Das ist doch Wahnsinn. Ich muss das jetzt machen. Wir haben eine Verantwortung vor der Geschichte. Das ist die Generation von Auschwitz! Wir haben Waffen und wir nicht! Wir messen uns bewaffnet! Wir sind vom Staat beauftragt, den Terrorismus in diesem Land zu beenden. Jetzt ist Krieg. Ich brauche die gesamte Schutzpolizei der Republik. Ein paar in unserer Gruppe denken, wir könnten eine 747 SP-Cup haben. Zusammen mit dem Ultimatum. Das Ding fällt runter. Mit nach Bonn. Ich brauche die participation. Zeit! Keine aerei! Untertitelung des ZDF, 2020